Ja, meine Mutter, Digga, okay, ja, die hat da mies gefickt, ich zieh Kokain heut Nacht vom Fliesentisch. Und mit wem? Na, mit Vivien Schmitz. Deine Freundin hab ich fies gefickt. Aber guck mal, wie ich jetzt mit Parts verdiene, Alter, ich zieh Kokain von ner Glasvitrine. Alter, die, ihr Mann, ich ficke deine Schwester und dein Neffe ist mit Gier verwandt.